Hallo, hier ist Lieharz. Wir sind hier heute wieder mit einem neuen Video zum Thema Fußballreisen. Und zwar seht ihr hier im Hintergrund das Sporthotel Fuchsbach in Basinghausen. Und zwar ist das ein Vier-Sterne-Hotel. Und ja, bei dem Begriff Basinghausen, da weiß ich nicht, merken die ersten von euch wahrscheinlich schon was. Die kennen diesen Begriff, denn dort ist der NFV, der Niedersächsische Fußballverband, sozusagen stationiert. Da finden da Turniere statt, die davon ausgerichtet werden. Und wenn man halt zum Beispiel mit dem NFV da hinreist, kann man, beziehungsweise wenn die Eltern mitreisen bei diesem Hotel, kann man dort als Eltern in diesem Hotel halt, weiß ich nicht, schlafen über Nacht. Schon viele, viele Stars haben da übernachtet, unter anderem die deutsche Nationalmannschaft, viele weitere deutsche Stars, Pelé, auch andere internationale Stars. Und was halt besonders gut ist an diesem Hotel, es ist direkt an den Sportplätzen und an den Sporthallen. Das heißt, man ist direkt da. Zudem gibt es dort kostenlose Parkplätze. Und wenn man sagt, dass man wegen dem NFV oder wegen des NFVs unterwegs ist, kriegt man einen kleinen Rabatt am Anfang für das Hotel. Ähm, genau. Des Weiteren, ähm, ist der Link auf jeden Fall in der Beschreibung. Da könnt ihr ja gerne draufklicken, falls ihr da irgendwie buchen müsst. Äh, dann habt ihr den Link direkt. Hier seht ihr es ja nochmal im Flur. Bilder von halt Leuten, die da schon da waren, unsere Nationalmannschaften. Ähm, ja gut. Ja, weiß ich jetzt nicht. Äh, außerdem gibt es ja noch auch ein gutes Essen. Das ist ja ein Vier-Sterne-Hotel und auch ein sehr gutes Restaurant. Man sieht jetzt hier das Frühstück. Brötchen vielleicht ein bisschen zu dunkel für meinen Geschmack, zu kross. Ähm, naja, aber ist ja jedem das, äh, jedem das Seine. Ähm, dann seht ihr noch gleich jetzt das Mittagessen, Vorspeise und Hauptgang. Das war's auch schon. Äh, wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnt diesen Kanal und checkt den Link in der Beschreibung aus. Das war's von mir. Ähm, ja, abonniert den Kanal und tschüss. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.